Klaus hat heute Geburtstag, ich würde mal sagen mein größtes Idol. Ich habe nur einen Idol und das ist der Klaus. Mit dem habe ich so viele Schlachten geschlagen. Fantastisch, das macht Laune. Es ist eine riesen Freude und es macht viel Spaß und 70 Jahre ist natürlich schon ein gewisses Alter. Klar, kann man auch nicht unbedingt verleugnen oder verbergen, aber ich habe das große Glück, dass es mir noch verdammt gut geht. Gesundheitlich, alles in Ordnung, keine Probleme, eine hübsche, nette, liebe Frau und alles ist wunderbar. Also das will ich mehr. Also liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Manchmal bin ich da sehr, sehr froh, dass ich euch, liebe Fans, so wie ihr seid, immer wieder erleben darf. Das ist wirklich eine Genugtuung. Bleibt so wie ihr seid, liebe Fans und ich freue mich, euch zu sehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.